Grüezi, Herr Lehrer. Guten Morgen. Mein Name ist Herr Leandro. Jetzt warte ich mal wissen, was dir so kommt. Schreib den Satz von Pythagoras auf. Oh mein Gott. Oh ja. Nicht abschauen. Oh. Entschuldigung, Herr Lehrer. Ja. Richtig? Ha? Yes! Und es nicht. Oh mein Gott. Hast du abgeschaut? Nein. Wie viele Ecken hat das Stoppschild? Ja, das habe ich wieder verkackt. Falsch? Nein! Richtig? Nein! Ich habe es gewusst. Sag alle Nachbarländer der Schweiz. Kein Handy. Nicht beschissen, du. Ich wollte es googlen. Nein. Aber darf ich das Handy nach dem Unterricht wieder haben? Ja. Kommt jetzt. Lösungen zeigen. Lichterstellen ist Teil der Schweiz? Wieso? Richtig. Richtig. Kein ist. Nennen alle vier grammatische Fälle im deutschen Sprach. Äh. Nicht abschauen. Ich habe mich sofort gemacht. Ich habe es nicht exakt gemacht. Ich sage einmal die Lösungen. Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Wenn der Richtigkeit ausstrecke. Schon wieder. Ja. Der, der am meisten Antworten richtig hatte. Ja. Die sehe ich wohl nächstes Jahr wieder. Oh nein. Darf ich einfach mal in die Pause? Ja. Juhu. Ade.